Ich bin Toni Martin, ich komme aus Eschborn in Deutschland und ich bin Radfahrer. Eine wirkliche Song, die ich mag, ist von Timberland, The Way I Are. Ja, ich mag R&B und Hip-Hop, wegen der Beats. Wenn ich auf dem Bike bin, kann ich immer Musik hören. Ich kann auch Techno oder Rock hören, also wirklich fast Musik, die ich sehr hart trainieren kann. Das mag ich wirklich. Ja, das Gefühl, wenn ich eine Bike bin, ist wirklich speziell, weil du viel Speed hast und du es selbst machst. Du bist nicht in der Fahrt mit einem Motorrad. Ja, du fühlst dich gut. Team Colombia ist eine Gruppe von wirklich speziellen Personen für mich. Wir sind nur Freunde. Wir kämpfen für uns. Wir spielen zusammen. Wir spielen zusammen. Wir verlieren zusammen. Wir wollen nicht nur für dich, für dich selbst. Du willst nur für die ganze Team gewinnen. Das ist vielleicht einer der Punkte von unserem Erfolg. Das ist wirklich ein guter Team-Player. Das ist ein guter Team-Player. Das ist der Job. Das ist ein guter Team. Und hat's off to them. Und Toni Martin, also, was superb today in that Young Riders Leading white jersey. Ja, vielleicht, weil ich ein Policeman bin, die Leute haben ein bisschen mehr belief in mich, dass ich ein clean Sportler bin und dass ich nicht falsch mache, wie Doping. Also, vielleicht hilft es ein bisschen. Das ist toll. Ja, das ist wirklich ein tolles Team-Player. Ich glaube, es ist ein tolles Team-Player. Ich glaube, es ist eine gute Sache. und es war ein sehr besonderes Moment für mich. Mein größtes Traum in Cycling für die Zukunft ist, natürlich, um die Station für die Fronten zu gewinnen oder sogar die Yellow-Jerse zu gewinnen. Wenn das passiert, wäre es perfekt.